Scheiße sehe ich hässlich aus, aber egal, weil ich bin und bleibe jetzt je grad grässlich drauf mit der Scheiße im Laufe, während ich das die meisten so rausgebe, es ist einfach nur mal wieder so alles, was ich enthaupte, Genius, Hardcore-Style, während ich natürlich ja schon wieder klar mal wieder geil drauf bin, es ist ja einfach nur mal wieder einer Scheißhaufen, mit dem ich meist rausgeben dürfte, dass das hier natürlich auch die Hürde ist, mit denen ich eure abstürze jetzt natürlich auch schon wieder wahrnehme, ich werde euch küssen und so, bis ihr es dann schon wieder hetzt, und zwar euch in den Wahnsinn, ihr seid nicht zu ertragen, also muss ich hier keine Pastrasen dreschen, sondern einfach nur so klar mal wieder kämpfen gegen die ganzen Wannabes, äh, so die Biester, die da schon wieder meinen, dass ich kein MC im Freestyle wäre, sondern einfach nur schon wieder irgendein scheiß dummer Idiot dieser Erde, allerdings denke ich mir da schon wieder perverse Situationen und schon wieder kann ich da Frustrationen zu sagen, an jeder Fluststation werdet ihr stehen, allerdings werde ich hingegen da nun mal wieder Sitz sehen, und das aus einem gewissen Grund, aufgrund der Tatsache, weil ich nun mal einen Hals schiebe und so auf euch, und ja, das ist alles so schon, was ihr so macht, allerdings frage ich mich jetzt gerade hier auf Record, was ich so mache, gerade geschlachtet zu wissen, dann ihr seid einfach nur mal wieder so inzwischen so in meinem Dissen und so, mir hier mal so, dann seid ihr schizophrener, als soll ich es je gewesen sein, und deshalb frage ich mich schon wieder, wer es hier jetzt zu überlegen, in dieser Klarheit, wahrscheinlich einfach nur die Leute, die total gleich natürlich auch schon wieder geschaltet sind, mit egal wessen Stardom, ach, wahrscheinlich ist der Stardom, so dass ich da schon wieder was sagen will, gerade ist doch alles eine Verarschung von bis hier gerade, hm, yep, so sieht das nun mal aus, und das ist ein Instrumental von mir, Genius, Hardcore, Beatrix, im Lauf, und natürlich auch schon wieder hier, jetzt wie eine Kugel rausgeschossen, allerdings auch nur, weil ich Genossen natürlich auch schon wieder im Boss und Modus schon wieder gegillt haben wollte, immer allerdings wollte ich hier nicht so revoltchen gegen Gärten, heute in denen ich schon wieder Mäuler sehe, allerdings frage ich mich schon wieder, welche Geule da stehen, wahrscheinlich einfach nur die Vollsten von allen, und somit werde ich ihnen ja als durchgeknallten Menschen natürlich auch schon wieder was dagegen geben, wahrscheinlich einfach das gesamte unheimlichste Wesen, dass ich jemals gewesen wäre, wäre da nicht schon wieder die Schwerelosigkeit, mit der ich hier mich selbst verehre, während ich schon wieder überlege, worum es hier gerade geht in meiner Rede, ach, wahrscheinlich verfehle ich mich da schon wieder mit egal welchem MC, gerade weil ich hier nur freestyle und zwar über egal wessen Idiotismus, während ich schon wieder inzwischen drüber nachdenke, was geschieht denn innerhalb der Wahlkasten, wahrscheinlich einfach bloß schon wieder Wahlurnen genannt, eben dass das fantastische Verfassung wären, wären da nicht schon wieder diese ganzen Beschwerden von mir sogar, und deshalb komme ich hier nicht mehr klar auf Deutschland, und frage mich schon wieder, was sollen diese ganzen solchen, ihr enttäuscht mich, natürlich auch schon wieder garantiert nur aufgrund der Tatsache, weil ich lieber freestyle, als sonst liegt etwas anderes zu machen, wie zum Beispiel euren schwachen Müll, und deshalb denke ich mir schon wieder klar, mein Schiff zu machen, und zwar mit Gesamtdeutschland, weil ihr seid so enttäuschend, dass ihr garantiert ein Deutsch werden müsst, mhm, 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 habt ihr es jetzt endlich mal kapiert, was ihr so ein Irr zu sein von einem Freestyle wird, oder doch nur der, der natürlich auch die Reime gerade irren lässt, und zwar herumschlitteln, denn ich bin und bleibe garantiert nicht sehr dumm, sondern schon wieder sehr stumpf, und habe hier natürlich auch mehr Trumpf, als sonst gegen jemand im Ärmel, habe schon wieder sehr wärmlicher, als sonst gegen wer hier gerade gefreestylt, okay, dann geht das hier natürlich auch sehr schräg gerade, frage mich schon wieder, wer hier überlegen war, und zwar jetzt gerade eben, mal eben überlegen, worüber reden wir jetzt schon wieder, ach, wahrscheinlich alles, was ich hier so gebe im Freestyle, Geniusart und Geniestreiche eben, ihr im Gegensatz schon wieder nicht J-Art, also könnt ihr hier die Art nicht veräählen, was geht, und deshalb bin ich ja auch Krieger Mike, und das jederzeit, während ich schon wieder hier jetzt bloß mal wieder verwirrt, echt los bin, und natürlich auch meine Flows gebringen wollte, allerdings wollte ich hier das nicht so gebräst wissen, sondern einfach so schon wieder geschlackt, in den Phasen, in denen ich nun mal meinen Wahnsinn verstecke, okay, dann könnt ihr Rasen vor Phasen, allerdings frage ich mich jetzt gerade eben, natürlich auch ganz gern mal eben, worum es gerade eben gehen mag, in diesem Kram, hier ist nämlich nichts anderes mehr drin, als irgendein Wahnsinniger, und deshalb komme ich hier ja gar nicht mehr klar, oder bin ich doch ein schnuller am Spinnen, und das total schon wieder, ach ist doch alles nur Freestyle, Geniusart und Geniestreiche eben, bis zum Gehtnichtmehrkler, ihr gepeilt sie vielleicht niemals in dieser Sphäre gerade, allerdings denke ich mir jetzt schon wieder, da ich natürlich auch einiges mehr hier mache, als alle anderen, kann ich das hier natürlich auch schon wieder ganz klar, in meiner Gestaltung gerade eben geben, als Weltrekordhalter des technischen Freestyle-Raps, allerdings habe ich ihnen jetzt gerade nicht gegeben, Shit, ist alles noch herpapen, Competition mal bitte, ich suche noch Gegner, überlegt mal, wer das sein könnte, Skills und Technik, Level bitte hoch, denn sonst seid ihr allesamt nur Hose, wie ist das hier und ich so thingy, die Luーん hätte einfach das. dannea inbox Thanks Head. Wie ist eine Frage, denn eure Fragen, wie ob sie das sind für Ihre Glocke, wie ich sie in verschiedenen Sicht weil oder es einmalig sind,